Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer Folge BrickRicks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei ist der liebe CrapsOne. Hallo. So, wir gucken mal, was heute so geht. Hauptsache, Alter, was? Das hat ein Nummernschild? Ja, hab ich selbst gemacht, ne? Und so richtig billig V8 dran geschrieben. Ja. Als ob das ein V8-Motor ist, Mann. Obwohl... Glaubst du nicht? Hört sich wohl... Was ist das, Alter? Kann ich mitfahren? Äh, nee, warte, ich muss es kurz umbauen. Ähm, äh... Hä, also man kann die Autos komplett selbst bauen? Komplett, ja. Also zu 100% kannst du jedes Teil selber setzen? Ja. Krass. Komplett. Also warte, ich, ähm, ich baue das eben schnell um. Und dann hole ich dich ab, okay? Also sag mir nicht, du bist in die Garage reingegangen. Ja, ich will auch in die Garage. Heißt du, ich kann mein Auto hier nicht sehen. Das heißt, ich kann es nicht umbauen. Oh mein Gott, ich baue mir auch ein Auto. Mein Auto wird einfach nicht, äh, angezeigt. Was denn? Äh... Wenn ich ein Auto fertig gebaut habe, ne? Ja. Was mache ich dann? Ähm, klickst du oben rechts auf Spawn. Spawn. Ja. Okay, ich hab's. Mein Auto ist fertig. Ja, genau. Was denn? Ich bin Master. Feuer, Feuerwehr. Hä, du hast eine Sirenen an deinem Auto? Natürlich. Wie, wie mach ich meine an? Äh, drück mal eins. Einmal im Bereich. Hat's nicht gerade geschneit? Ja, ist schon wieder weg. Weiter, ich fahr mal kurz neben dir. Ich will dir was zeigen. Das ist jetzt der Auto-Modus, ja? Ja. Ich kann ihn umstellen. Motor ist raus. Paketen-Modus! Boah, du Scheiße, Alter. Was? Oh mein Gott. Oh nein. Warte, ich helfe dir. Warte, 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 warte. Oh Gott, nein. Ich hab ein Auto kaputt gemacht. Oh shit. Oh shit. Kann ich mal mitfahren? Oh Gott, was machst du? Ich hab leider keinen zweiten Sitz und wenn ich, also ich kann gerade auch keine Autos bauen. Aber hüpf mal rein. Alter. Okay, ich bin drin. Ja, es geht! Es geht! Warte. Boah, Alter, was? Huch! Aber der dreht gut durch, ne? Ja! Oh! Dein Auto ist geplatzt! Was ist das denn? Was ist denn passiert? Warte, sind wir da. Aber du stehst komisch in der Luft bei mir. Echt? Alter, das backt bei mir richtig rum. Warte. Ich bin jetzt drin, gib Gas! Ja, dass das Ding ist, ich hab halt, äh, diese Drag-Reifen, weißt du? Merkt man gar nicht. Und, ähm, hoppala. Oh, hier ist die Welt. Oh, lass den Bord ab. Alter, was ist hier los? Achso, das ist du. Du haust mich hier hin und her. Achso, das kann sein. Dann hast du die Tür rausge... Jetzt ist der Motor kaputt. Oh, ich bin umge... Ich bin tot! Warum? Hä? Du bist bei mir, bist du ein Stuhl. Hä? Was passiert denn hier? Oh Mann! Okay, fahr mich mal wieder zur Garage. Aber warte, warte, warte. Ähm, fahr ich den doch einfach. Geht? Tschööö! Tschööö! Geil! Wow! Wow! So! Was ist passiert? Ich glaube, du bist explodiert. Alter, du hast ja alles kaputt gemacht. Ja! Hier, Repair-Vehicle machen einfach. Was ist mit mir? Kann ich auch Repair-Pietrel machen? Ja, genau. Da bist du wieder. So. Boah, Alter, wie geil ist? Richtig mal geradeaus. Junge, Junge. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Warte, ich musste aber Repair-Vehicle machen. Ja, genau. Wichtig mal geradeaus auf die Straße. Genau, Stopp. Ja, der Wagen hat ein bisschen zu viel Power-Crabs. Ein bisschen, ne? Drück mal Alt. Warte? Alt? Ja. Oh, warte mal. Du hast die Handbremse noch angezogen, das sehe ich. Wie kann ich die wegmachen? Leertaste. Ja, ich kann aber nicht lenken! Ich weiß, das ist ja auch der Vaketen-Modus. Toll! Oh mein Gott, Mann, das ist hier zu krass. Das war richtig Bock, einfach hier rumzuheizen. Guck mal, tschüss! Oh! What? Oh! Ist der Wagen einfach kaputt gegangen? Ich hoffe, die haben eine Hausrat-Versicherung. Einfach so! Nicht nur der Wagen... Alter! Ich spawne! Und das Auto explodiert! Das ist natürlich nice, ne? Ja, auf jeden Fall! Boah, der Wagen kann einfach fehlen! Ich explodiert einfach! Kann doch nicht wahr sein! Warum? Warte, warte, warte! Warte, ich krieg das hin! Oh, ach, ich hol das raus! Ups! Oh mein Gott! Das Auto ist schon kraftvoll. Hier, rechts brett! Genau! Warum ist es bei jedem Spiel so, dass es immer die reinste Eskalation gibt? Was denn hast du hier hinten? Fahr da ruhig rein! Fahr da mal rein! Nein! Nein, 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 nein! Ripps, Ripps, Ripps! Nein! Alter, was ist hier los? Das ist so geil, wie einfach alles so in seine einzelnen Bestandzeile zerplatzt! Kommen Sie, kommen Sie! Wow! Wow! Ich komme! Ich hab... Hä? Bei mir bist du einfach ein Stuhl! Die wollen... Ach nee, da bist du! Lol! Hier... Ist das Blut? Niemals ist das Blut! Das sind... Achso, das sind Tarnfleck... Äh... Baustellen! Jaja, genau! Nein! Ich hätte nicht vom Gas gehen dürfen! Wolle ich dich anschieben? Komm! Schieb mich an! Schieb mich an! Schieb mich an! Schieb mich an! Ja! 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 Endlich! Selbstmord! Nice! Okay! Dann erklär mir mal, wie man ein Auto baut! Okay! Ich nehme mir eine... Eine Platte! Jetzt... Ja! Hab ich! Hab ich! So, dann nimmst du die breiteste Achse! Ja! Und hinten auch nochmal! Ja! Hab ich! So! Dann kannst du jetzt erstmal einen Motor aussuchen, welchen du möchtest! Da! Ja! Ja! So einfach ist es ein Auto zu sein! Nice! Krass! Und das Auto hat einfach... Oh! Nein! Tot! Er sieht aber hübsch aus! Hast du gesehen, wie ich gestorben bin? Ja! Du bist auf den Kopf gefallen! Alter! Okay! Ich muss auf jeden Fall hinten mehr Gewicht dran bauen! Weil wenn ich bremse, sterbe ich! Ja! Aber sonst hat das Auto das Beste... Wow! Okay! Holy Shit! Hast du das gesehen? Ja! Tausend Punkte! Ha! Ich lache über dich! Mein Auto ist noch gar... Jetzt auch nicht mehr! Ja, aber weißt du mal, wie ich explodiert bin? Warum? Ich habe sauviele Tanks an meinem Auto vorne dran! Warum? Ja, weil unten... Also rechts unten, ja? Ja! Steht einmal deine Geschwindigkeit und dein Benzin... Ja! Und der kann halt leer gehen! Und dann stehst du da! Und stehst du da und musst Repair-Vehicle machen! Ja! Richtig! Oh nein! Und wer hat doch die Zeit dafür! Wirklich! Egal! Da braucht man lieber 20.000 Tanks dran! Dass man bei jeder kleinen Kollision explodiert! Richtig! Okay! Ja genau! Warte mal! Ich muss an diesem Auto weiter arbeiten! Was ist da? Okay! Ähm ja! Okay! Ich habe doch gesagt, das funktioniert noch nicht! Warte kurz! Recover to garage! Pass auf! Oh Gott! Oh Gott! Was hast du gemacht? So! Äh... Arschloch! Geil, Alter! Oh mein Gott! Warte mal! Ich bin massive Zerstörung! Kannst du das Fahrzeug ausbauen? Nee! Sicherlich! Kannst du nicht erst abonnieren! Du bist jetzt der Panzerfahrer, ja? Okay! Und was bist du? Wir nennen dich Kurt! Panzerfahrer Kurt! Ich guck mal ganz kurz! Noch habe ich! Oh doch! Nein hast du nicht! Nein hast du nicht! Ja nicht so! Noch! Ohohohoho! Kannst... Junge, Alter wie geil! Man kann die Häuser kaputt schießen! Oder den Zander! So ungefähr! Lass mal Rennen fahren! Also du willst eine Rennen fahren, echt? Ja, aber mach jetzt nicht so ein Oberschiff! Hol dir einfach ein Auto! Ja, ich nehme einfach mein Auto! Ja, okay! Ist ja nur ein Drag Racer! Das ist ja ein Nissan! Okay, wir lassen es noch fünfmal blinken! Ab jetzt! Ich habe keine Ahnung, wie viel das war! Ich kann nicht Gas geben! Wieso nicht? Weiß ich nicht! Hast du altgedrückt bestimmt, was? Wie viel müssen wir als Beifahrer? Ah ne, du müssen bestimmt auf den Beifahrer! Ja, dein Auto ist safe schneller! Ja, ich hab nur nicht mal die Bakation angemacht! Oh nein! Nein! Oh Gott! Ich gewinne! Nein! Nein! Dein Körper ist weitergefrierend als meiner! Echt? Ah ne, doch nicht! Ich hab gewonnen! Du hast auch so einen Drag Racer genommen, oder? Nur Autos löschen! Hast du? Äh, du Arschloch! Du hast mich zum Platzen gebracht! Bei mir leckt es einfach endgültig! Ja, weißt du warum? Weil das einfach einen riesen Flugzeug! Auf einmal kommt dieses Kette-Ding auf meinem Auto! Digga, ist zu mir leid! So jetzt, gucken wir mal! Na, der ist schon klein! Okay! Ich muss, äh... Irgendwie ne gerade Startbahn haben! Ja, warte! Ich spawn auch noch mal was! Jetzt geht's ab! Warte! Warte noch! Warte noch nicht! Warum? Noch nicht starten! Warte auf mich! Okay! Warte! Boah, bei mir leckt es einfach nur... Boah, was?! Was?! Das klappt gut, klappt gut, klappt gut! Das Klasse ist... Das Ding... Moment... Kann... ... nur rum, Jurel! Des Todes! Und mein Flugzeug explodiert oder so! Das Spiel ist so performant, Leute! GG! Okay! Und ich guck jetzt zu! Aber was war das?! Das war der Mammothpanzer! Du hast bei mir einfach nur gebackt, Junge! Achso, okay! Ich geh gut aus! Geh gut aus! Jetzt ist gut! Geil, ey! Die Steuerung ist richtig scheiße! Oh mein Gott! Hauptsache die Flammen sehen gut aus, weil es einfach Unreal Engine ist! Pass auf, wir machen jetzt ein Rennen! Machen wir! Ich fahr mit dem Drag... Mit dem Drag Star und du fährst mit deinem! Okay! Warte eben ganz kurz! Das Problem ist, ich muss das halt irgendwie gerade halten! Okay! Drei! Zwo! Eins! Los! Boah, was?! Alter, 300! Boah, was?! Du bist mal schnell! Oh mein Gott! Oh nein! Oh man, nein! Oh nein! Oh nein! Wo flieg ich hin?! 600! 692! Nein! Doch! Äh... Was?! Okay, ich möchte auf gleichem Niveau fahren! Ich möchte dein Auto aufspawnen! Ja, warte! Dann nimm einfach das hier! Drei! Zwei! Eins! Los! Frühstart! Bei mir! Oh nein, ich bin nicht gerade! Ich muss lenken! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh Gott, er ist gestorben! Ich bin einfach der schlechteste Autofahrer in diesem Spiel! Ich seh's da hinten nur explodieren! Hahaha! Okay, nice! Okay, Leute! Das war's dann auch schon mit dem Video von BrickRigs! Wir hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat! Und wie immer, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Version da! Lasst gerne ein Abo da! Schaut gerne beim Cramps vorbei! Den findet ihr unten in der Videobeschreibung! Dann bin ich ruhig da! Bis zum nächsten Mal! Hau da rein! Ciao! Tschüss!